5% Zwölf Paare insgesamt hier in der Kür der jungen Reiter und ebenfalls für Deutschland. Wir freuen uns auf den Hannoveraner, im Welsammal Fabriano, das ist Wells Fargo. Herzlich willkommen, Paulina Holzknecht, Deutschland. Das vorläufige Ergebnis für Alexa Westendam lautet 76,295% Provisional Score 76,292. Das wäre bei Bestätigung die Führung. Das wäre bei Bestätigung. Das wäre bei Bestätigung. Musik 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 Paulina Holzknecht und Wells Fargo. Dankeschön. Und hier nun das bestätigte Ergebnis von Alexa Westendarp und der Prinz. Bei H 3 bei H 75,375 Prozent, so muss es richtig heißen. Bei C, 75,625 und bei B, 77,875. Das ergibt total 76,292 Prozent und das ist die aktuelle Führung für Alexa Westendarp. Das ist ein Dampfwein.